Hallo, mein Name ist Lars Schopenhetz von der OV. Hinter mir laufen gerade die Techniktests für die neue Beleuchtung der Brücke am Bahnhof. Hier wird einiges an Licht an und ausgeschaltet. Man kann zumindest sagen, es ist ziemlich hell und ziemlich bunt. Die Techniker testen unter anderem die Beleuchtung der Pylonen. Die lässt sich nämlich farblich ändern und wir hatten hier schon blau, grün, lila, rot und so einige verschiedene Farbspielchen. Prima erkennen lässt sich auch inzwischen die Beleuchtung in den Handläufen der Brücke. Die soll nämlich für Licht sorgen. Die Beleuchtung in den Handläufen ist in etwa so hell, wie sie ursprünglich auf den Grafiken, die die Stadt veröffentlicht hat, gezeigt wurde.